Oh, wir haben es durchgeschafft. Oh nein, die Mutterspinne. Das ist die Mama, oder? Ja, das ist die Mama. Nee, das war nichts. Oh, 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 oh. Eieieie. Ich kann sie nicht runterschießen. Jetzt aber runterhalten. Eieieie, jetzt sterbe ich sicher irgendwann einmal. Ewo. Ah, sag ich ja. Ewo. Steht doch gar nicht. Autsch. Kannst du den runterholen? Eieieieiei. Eieieieiei. Ich kann die gar nicht erwischen. Doch, oder unten. Wenn sie unten sind, aber so. Nee. Und die Böse. Und die Böse. Und die Böse. Und die Böse. ich kann nicht, ja. Wie haben wir denn da? Und Klatsch. Kaboom. Was für ein Action heute. Action, Action. Da kommen ja noch welche. Die sind schon weg. Wir haben es geschafft, Holo. Aha. Ne, wir haben es noch nie geschaut. Ohne zu sterben. Wir sollten hier ganz schnell verschwinden. Oh ja, die Pflanze ist unser Ausweg. Du musst sie aufhalten, Cody. Alles klar. Du musst sie aufhalten, Holo. Achtung, ihr verrückten Viecher. Der kann nichts machen noch. Ich glaube, du musst bei mir Wasser auffüllen immer. Wie läuft es mit der Blumenwelt? Da kommt immer mehr. Wie geht der Flucht hin? Aber ich arbeite dran. Ach doch, ne. Du musst sie von dir fern kommen. Ich versuch's doch. Hm? Ich versuch's doch. Ich schaff. Kann ich doch was machen? Wir müssen jetzt rüber. Fertig. Wir müssen jetzt doch hier rüber. Danke, dass du mir den Rücken frei hältst, Cody. Ein ganz normaler Tag für dich. Ha! Ein ganz normaler Tag, Holo. Hast du gehört? Ja. Ja, hab ich gehört. Ja, hab ich gehört. Oh no. Klatschenwisch. Jetzt haben wir so weit gekommen. Jetzt hauen sie's runter. Da. Ja. Wie ist denn der gewischt? Oh no. Jetzt müssen wir alles wieder rauf gehen. Rauf gehen. Und Cody lacht. In die Höhe. Und Holo lacht auch. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Ein Elefant, oder was? Nee. Ist das Dumbo? Ist das Dumbo? Weiß ich nicht. Ist das Dumbo? Na, war's wie eine Ratte. Oh, das hört sich nicht an wie eine Ratte. Sag mal, warum rennst du so schnell? Oh no. Diammy, jammy, Holo. Oh, was ist denn das? Weiß was ist das? Das ist ein Tausendfüßler, oder? Drückensteuer. Ach so. Das ist ein Tausendfüßler, wenn wir da reingehen. Naja. So für Finger hab ich ja gar nicht, was ich da drücken muss jetzt. Ach, Muschelschalen. Oh, Muschelschalen. Wenn ich ihr raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Maulwurf. Maulwurf. Ich glaube, stolze ruse Kinder spielen echt gut. Ja, die hören ja nix. Ah, die sehen ja nix. Warte, oh Lupe, wirklich vorsichtig. Du bist zu laut. Du bist viel zu laut. Okay, dieses Mal bin ich leiser. Du warst viel zu laut, oh Lu. Okay. Also nur in die Wiese. Jupp. Können wir praktisch springen. Eigentlich sind die echt niedlich. Eigentlich sind die echt niedlich. Sicher nicht. Oh mein Gott, und jetzt? Fühlt sich an, als würden wir in ihre Privatsphäre eindrängen. Einverstanden. Dass uns so schnell wie möglich verschwinden. Einverstanden. Äh. 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 So, ich muss da praktisch springen wieder, ne? Mhm. Um was geht's mir da eigentlich in dem Spiel? Keine Ahnung. Weißt du das, wo du? Was denn? Was der Sinn, diese Spielzis? In dem Spiel? Mhm. Äh, die haben sich ja immer, die haben sich erscheinen lassen wollen. Und das Buch will sie wieder zusammenbringen. Hey Cody, es freut mich, dass du dich wieder um den Garten kümmern möchtest. Ich will all das ungezäglich, um die Infektion loszulassen. Mhm. Na, süß das. Äh. 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 Und jetzt? Jump in one. Das geht gut. Deswegen die zwei Bildschirme dann, ne? Jupp. Einmal Holo-Sicht und einmal meine Sicht. Kannst du gießen, ne? Jo. Oh, Moos. Hm? Wow, zieh dich an! So weich und unauffällig! Haha, sehr witzig. Es ist nicht so, als wäre das bequem. Warte, du musst mitgehen. Wir müssen mit denen mitgehen. Ja, du musst bei mir mitgehen. Vorsicht, Cody! Vorsicht, Holo! Bist du hinter mir, oder was? Nö, ich bin der Rasen. Du bist diejenige, die kein Guter getan haben. Ah, du bist der Rasen, okay. Ähm. Ähm. Du bist der Rasen, okay? Klingt echt interessant. Und dann. G, 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 G! Äh, bleib liegen. Wir nehmen es weiter. Jetzt fehlen dir noch 30 Bits, dann kannst du stolze Rose noch einholen. Ah, der macht eh Blut, sehr gut. Geld, 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 Geld. Ah, nicht niesen. Ja, hole echt mal, darfst du jammern. Oh, da geht's ja weiter. Jupp. Oh, Manu. Oh, Manu. Und der dreht nochmal um. Der ist gemänt. Der war gemänt. Muss gleich nach oben zielen, oder? Was? Ah. Oh mein Gott. Warte ein bisschen. Ich muss gießen. Warte ein bisschen, ich muss gießen. Mh. So. Psy-na-sa. Ich glaube, ich muss jetzt nach rechts, Oliver. Soll ich da rüber springen? Hm. Wenn ich rüber komm. Jetzt musst du schwingen. Och. Ja, da musst du aber mal... Achso, nein. Nein! Bs. Bam bam bam. Soll ich ne Gase gedrückt? Hehehe. Das sind aber mal ganz schön viele... Ach, was dann. Ich höre, äh, wüsste nicht, dass die... In Real-life so viel auf einem Haufen sind. man weiß nie was man weiß nie was unterirdisch ist oh mann oh komm hol doch gleich da durch ganz nah dran ich hab die falsche taste getriegt jetzt weißt was ich mein damit die falschen tasten oh nein schon wieder ja ich bin runtergefallen was soll ich machen sei froh heute bin ich eh brav bis jetzt bin ich durchgekommen auf Links, rechts, 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 links, rechts, rechts! Warum bin ich zuerst rübergekommen und jetzt nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin... vielleicht... Aber eigentlich sind Morlwürfe Einzelgänger. Die springen das nach unten wahrscheinlich. Hm. Weil zweimal die Schnelllauf-Taste, glaube ich, meine ich auch drücken. Jo. So. So. Äh, ich glaube... Rückwärts gegangen. Äh, da rüber zum Schwammerl. Ne, ne, es geht nicht. Du musst wieder zurück, du musst wieder zurück. Äh, Tua. Oder? Gehts? Warum kriege ich... Das Herz habe ich ja auch keine. Das war knapp. Ach so, warte mal. Erst springen, oder? Du musst erst springen und dann... Ja. Bin drüben. Oh mein Gott. Wenn sie aufwachen, bist du erledigt. Wenn du mich im Stift lässt. Okay, ich gab es zu, ich hab so viel... ...dier finde, geguckt. Hm. Mach doch nix. Oh ne, das hat ja nur Bücher. Hm. Hm. Was mach ich da? Ich hab erst mal durchlaufen, oder? Ich hab was da angespucken. Ich hab was da angespucken. Ich hab was da angeniesst. Warte mal. Na, nicht warten. Der ist gleich hin wieder. Muss schon schnell sein. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Gott! Meine Gott! Das war jetzt wieder... Eine schwere Geburt. Es war eine schwere Geburt jetzt wieder, ja. Aber ja. Besser wie gestern. Nee, bitte. Wir waren leise. Ich brauch nichts machen, oder? Mit Ess oder was? Was denn? Laufen oder mit... Ja mit Ess. Hilfe! 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 Ich bin so wieder vorbei. Wo bin ich? Ich bin schon wieder tot. Nur zwei, die. Shit, die andere hier kommt komplett mäßig. Ich bin schon wieder tot. Ah, das ist schon wieder das Komische. Oh, Mann! Verkehr drinnen. Aber wir sind durch. Damals? Na, Schlitz Rose. Ja, da. Renn, renn, renn. Renn, 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 renn. Ja, so renne ich lieber. Ja, boom. Nee, was macht denn der schon wieder? Unser Trampolin. Lauf! Ja, lauf! Ja, lauf! Ja, lauf! Die eh wahrscheinlich. Lauf in den Tod. So, sind wir bei dir wieder? Jo. Alter! Oh, hast du das geschafft. Das ist richtig. Anstrengend. Ich bin gestorben. Ich auch. Wie weicht man den aus? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab's geschafft. Oder unten durch. Unten durch. Ah, ich hab's geschafft! Oder wie? Nur holo nicht, die rennt nicht, die schreiten nur. Die dürft's geschafft haben. Nur holo nicht, die rennt nicht, die schreiten nur. Du dürft's geschafft haben, weil du bist ja runtergeflogen, oder? Mhm, aber du hast es geschafft. Yeah! Yeah! Ich hab's geschafft. Wohin geht's, ha? Wie bitte? Bist du blind, Lisa's Schild? Oh, klasse! Ähm, wir sind im Gewächshaus. Nee, dahin gehen wir nicht mehr, ist ne richtig üble Gegend. Boah, gib keine Gründe. Eine üble Gegend. Wenn noch vieler Zeug ist, es ist alles kaputt gemacht. Ich bin auch gerannt. Ein Stück weiter. Wie bekannt? Kommt mit Vorkasse, drei Lauf. Bin halt ein paar Mal gestorben. Mhm. Aber was soll's? Äh... Wie haben... Der hat... Der greift... Äh... Yummy, yummy. Mhm. Hm... Du übernimmst den Fetten. Das hab ich gehört! Du übernimmst den Fetten. Ah... Du übernimmst den Fetten. Du übernimmst den Fetten. Ah! Kein Böttchen! Hm, kein Böttchen. Komm, Böttchen. Komm, Böttchen. Hm, komm, Böttchen! Ja, komm, Böttchen! So und? Jetzt? Entschuldige! Äh... Namaste. Namaste! Du musst mich eigentlich hier! Wo bist du? Ich bin abgehauen! Ja wirklich! Ah, du bist wirklich hinten irgendwo! Äh... Na, ich bin schon da! Ich muss da auf die Kisten rauf! Oder wie? Kiste, Kiste, Hulu, Kiste! So, und jetzt? Ah, da über die Blätter oder was? Mhm. So, und weiter? Weiter! Brücke hoch! Und weiter, Hulu! Und weiter! Und weiter! Und weiter! Ja, ich bin ja schon! Und weiter! Oh mein Gott! Oh Gott! Blub! Oh oh! Es sinkt! Ups! Und da drüben wär's schon, ne? Hm. Oh, jetzt kommt der Schlimmste! Wir beeilen uns besser! Du hast nicht viel Zeit! Alles okay? Eieiei! Sie gingen den Tee und wieder runter! Ja! Okay, das muss man sagen! Das weiß ich doch nicht! Das weiß ich doch nicht! Aber jetzt weißt du es! Uita! Uita! Ja! Sag das nicht! Du machst das super! Sag das nicht! Du machst das super! Sag das nicht! Du machst das super! Ha! Oh oh! Wie gehst du da hinten? Haha! Oh oh! Du bist nicht als ich dachte! Ja! Die Beste! Mit fünf Gelegenheiten! Diesen Garten! Blub, blub, blub! Bin ich doch verkleinend! Was? Ich hasse dich! Lach mich nicht aus! Der lacht mich aus! Das kann dauern, ja? Das kann dauern, ja? Das kann dauern, ja? Das kann dauern, ja? Was machst du? Hm? Das kann man sicher nicht angesprochen haben. Ich will nieh Jake in die Waden, nur beinne die Waden, man! Tja gut, alter leg, also lieb sich abgeru搭nen! Alter war der abgeroll! Bist du nicht würdieren? Das will dich行了! Blüder Frisch. Hör auf zum Lachen. Willst du heute noch fertig werden? Bitte, warum ist das, dass das Blatt so spät auftaucht? Hacke, jetzt bin ich wieder so durchgeflogen. Der lacht mich aus. Rosa, hilf mir. Der lacht mich aus. Mit mir nicht. Und jetzt? Schau dich um. Ja, ich schau mich um. Du bist da. Und, was mach ich da? Ich muss aufs andere, oder wie? Schau dich um. Was, schau dich um? Wer schau dich um? Lino, Hilfe, auch mal umschauen, Holo. Was? Du siehst doch, was da steht. Nee, was steht da? Ja, schau dich um. Er sagt mir das nicht. Nö. Ich spring da drüben einmal hin. Weiß nicht, was du von mir willst. Komm ich da rüber? Mhm. Du bist doch richtig. Und jetzt? Oh, jetzt geht's weiter. Was hat jetzt geht's weiter? Das ist aber nicht viel Zeit. Na, wann kommt denn da eins? Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, du bist ein Gangster. Du bist gemein. Oh mein. Oh mein. Ja, der ist gemein. Wie oft dauert noch ein bisschen mehr, dann geh ich erstmal rauchen. Und die Hose? Die Hose ist rauchen wieder. Die ist nicht mehr da. Hä? Hm. Aua! Der hat mich jetzt da. Okay. Ah, ich muss da drüben. Ich nehm den Frisch. Du. Jetzt muss ich ansteigen, ne? Nee. Mhm. Wie steig ich ab? Mit Kuh. Perfekt. Danke für die Mitfahrgelegenheit. Aua! Und ich warte und ich roste. Das war zu spät. Warum? Weil ich gestorben bin. Das geht auf Zeit, Hodo. Das war verkehrt. Das war zu kurz, ne? Jetzt warst du schuld. Ich schulde. Ich schulde. Guten Abend, ihr zwei Lieben. Guten Abend, Mr. T. Hallo, Mr. T. Warte doch ein bisschen. Ich hab doch geklappt. Hab doch geklappt. Bin wieder gestorben? Hm. Muss ich da länger einspritzen, oder was? Wahrscheinlich musst du schneller zum nächsten. Und zum nächsten. Zum nächsten. Und zum nächsten. Jawohl.